Nur das nachher raus und füge die zwei Videos dann zusammen. Naja, ihr wisst es mal. Nämlich das heute eigentlich kein... Ah, stimmt, hab ich vergessen. Sorry. Hier sind wir noch ein paar Wochen. Ein neues Schäfchen. Wunderschön. Aber leider nicht bei unseren Nachschatten. Was haben wir bei unseren Nachschatten überhaupt? Also, ohne Nachschatten, Tagschatten, egal. Redet, wie ihr es wollt. So, was haben wir hier? Ja, das ist alles, was man nicht verurschaltet, aber... Irgendwie zum Kuckuck haben wir den bekommen. Weiß ich schon mal gar nicht. Ist auch egal. Ja, wir haben ja einiges, was wir schon haben. Außer, traurigerweise den Schnappstein nicht arbeitet. Wir haben bestimmt noch nicht mal... Wir haben bestimmt noch nicht mal... Weiß ich sagen, haben wir auch noch nicht... Oh, ich schnapp das. Hallo. Hey. Nimm mal... Mh... Wir sollten jetzt so planen... Wir sollten jetzt so planen... Äh... Also, gar nicht... So... Ach, das mache ich einmal kurz so neulich. So, dringend das Besprechungskashen für den December. Einiges ist ja schon... Äh... Durch, aber das, was jetzt noch vor uns liegt, das sehen wir. Und... Ihr könnt besser lesen als ich. Also, ja, ne? Für die, die nicht lesen können, fragt eure Eltern oder die, die lesen können. Ich kann nicht so gut lesen, aber ihr wisst, das ist für... Ohne Son zu suchen und das ist die Schatztruhe, äh... Also, dieses Jahr. Also, diese Events. Danach kommt das Springerkostüm. Ihr wisst, wie es machen. Aber wir müssen ja immer zwischendurch ohne Zahn hochpushen. Was wir auch gemacht haben, wie ich sehe. Hm. Okay. Mh... Okay, weil es erstmal schleunig ist, äh... Die Fischis hier einsammeln. Fischis? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, frag mich nicht. Ihr wisst, wie es meiner ist. So. Hier drücken wir... Hm. Äh, weniger Ruhe ausgeben. Für... Schnickschnackers... Für Schnickschnack-Dreffen erstmal nicht. Und andere Sachen... Auch... Licht. So. So. Hab ich echt... Ich spiel die ganze Zeit ohne Ton. Ah, und keiner ist einfach so gut. Mir ist das nicht mehr aufgefallen. Da hab ich echt nicht Trinuskamera. Also nicht. Ähm... Wir sollten erstmal... ...unser... ...unser... ...Greffen-Team los schicken. Das wird dann... ...die... ...ja... ...füttern... ...so... ...und dann... ...kirchen... ...noten... ...und... ...deine... ...und... 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 So, wir schicken ihn wieder zu dem Training, weil wir Dinger so hoch wie möglich haben wollen, dass wir so viele Drachen wie möglich dann freischalten können. Ich würde mich erstmal auf das Drachenhandbuch bei ihm konzentrieren. Das heißt, alles was hier erstmal bis zum Sturm schneit, bis zum nachtschreckenden Meere oder was auch immer uns noch einfällt, dass wir uns darauf erstmal konzentrieren, auf diese Drachen. Nemi, die bringt uns erstmal in der Menge ein und die uns was einbringen, für erst Nemi. Die würde ich mir auch holen. Und zwischendurch... Ja, was noch? Das können wir starten. Nein, das gehen wir nicht aus. Aber ihr wisst, wie ich meine. Es ist zu laut. Jetzt ist es wieder zu leise. Es liegt immer was. Aber egal. Ihr wisst, wie ich meine. Wow. Jetzt haben wir null. Kann ich mir... Oh, was weiß ich denn? Diese Statue kann ich... Können wir erst mit 8500... Äh... Da waren es komplette 8000 rund. Weiß nicht. Dauert ja noch. Bis wir die... Jägerhalle hauen. Und von daher... Juckt es mir doch nicht. Ähm... Aber wir sollten... Irgendeinen Drachen... eigentlich immer bereiten für ein... Äh... Ja... Events. Also für einen Spießrutenlauf-Bug. Soll ich mir den immer... Berett halten. Und wie das wäre gut. Aber nicht erst mal nach Schnacken, Kopf und Nacken zu. Oder wir lassen die... Äh... Videos getrennt. Das kann man auch machen. Aber ich würde die zusammenbauen. Für euch, dass ihr... Mal wieder ein schön langes Habt. Und wie das kann man irgendwie nicht gehen macht. So. Aber... Im November habe ich gar nicht aufgenommen. Warum auch immer. Aber da kommt wieder... Ich kann aber... Ich würde es ja für die Evolution jetzt erstmal nicht aufnehmen. Wegen... Es ist halt immer ein Stab... Aus meinem... Stativ-Ding... Nicht dabei. Und zweitens... Ich bin zu Hause. Hab die Xbox mit. Also... Heißt das immer... Muss werden... Dass ich wieder so ein... Teil hab. Ich hab... Ich hab schon eins. Aber es ist nicht mehr. Ja. Ja. Aber ich bin auch auf dem Weihnachtenmarkt. Am Wochenende. Vielleicht... Hm. Vielleicht gibt's da was Interessantes denn... Bericht ich... Davon. Ich weiß es nun nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich mir im Zug fahre. Und ich im Zug fahre. Ey, Jana. Au. So. Okay. Schwäche. Den hauen wir eine rein. Und ich muss auf die Uhr achten, weil gleich ne Serie kommt. Alter, wir machen grad hier kaum Damage. Alter, sagt man nicht, aber ist egal. So. Der Herr Schwede, der... Hm. Alter Schwede. Und ich sag einfach so. Herr Schwede dazu. So. Die kriegen wir jetzt noch weg. Zack. Aus die Maus. Geht nach Haus. So. Das ist... Das mit diesem Portal. Und jetzt zeig ich euch noch... Anschließend... Auf welchen Account ich äh... Gehen möchte. Mit euch das machen möchte. Hier, guck mal rein. Nein, kann man nicht. Also aus die Maus. Mit den Drachen sammeln. Alle die es im Spiel gibt. Und... Ob hat das schon... Ich weiß es nicht. Das wird ein Langzeitprojekt. Naja. Kann ich nur ausgeben. Ist auch ein Langzeitprojekt. Hm. Aber wir kriegen hier sogar... Runen rein wieder. Und... Wir sind jetzt bei sieben und... Neunzig. Wir verlieren zwar wieder vier. Aber das ist... Nicht der Rede wert. Das holen wir wieder ein. So. Auslocken. Fight. Okay. Ich hab das Holz schon alles sammelt. Sorry. Egal. Macht nicht ähm... Wir bekommen... Hier genug Angebote. Ja. Das machen wir auch gleich. So. Jetzt müssen wir hier nur die Angebote einmal wegknickern. Aber es ist auch immer interessant. So. Gönnen wir uns. Jawoll. Hier dürfen wir es einmal gönnen. Aber erstens... Bringt uns das Haus ein. So. Lucky. Du bist gefeuert. Äh... Falls ihr euch wundert... Warum ich Schlecky du bist gefeuert sag... Gesagt habe... Weil ich den Hund meile. Der Hund ist gerade wieder gerne gekommen. Und ich sag's ihm sowas. Hehe. Okay. Ich kann es euch einmal... Zeigen. Das geht nicht mehr. Die Werbung. Da müssen wir ohne auskommen. Mein Gott. Hier... Steigen wir auch ein. Aber erstmal sammeln wir... Hier... Die Statue ein. Und auf dieser Erklärung... Und... Auf dieses Wunderbaren... Wo ich jetzt hier erstmal... Was... Dringliches wegmache. Weil... Das wirklich... Äh... Dringend ist... Dass wir das... Beiseite haben... Erstens kriegen wir Arom... Und Holz dafür... Aber dafür verschwenden wir grad ganz schön viel. Aber... Das hat doch einen... Sinn. Das hat mal Sinn, dass wir hier Platz haben. Ich räume... Ich räume immer irgendwie... Zuerst... Alles weg. So. Zack. Jetzt haben wir erstmal wieder... Holz nachgefüllt... Und... Fisch nachgefüllt... Äh... Ausgegeben. Ähm... Ausgegeben. Äh... So. Das ist... Okay. Wir haben hier nur eine Insel. Ja, ne? Okay. Dafür bekommen wir jetzt hier... Ganz schön viel. So. Zack. Kann ich einmal beschleunigen. Haben wir auch wieder eine Ausgabe 40. Und umso häufiger wir hier auf diesen Accounts das machen... Ich würde sagen, umso besser für uns. So. Einmal... Anderes Gedöns. Und... Huhnen. Warte, man kann ja keiner mehr mit. Hier haben wir auch einen... Komischen... ... 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 Du musst nur da sein erst mal. So. Das heißt, was ich mir wäre... ... ... ... Ich sortiere das hier gleich schon mal. So, dass wir hier schon ein paar Anhaltspunkte haben. Ich finde, das kann ich einmal hochknallen und sich noch mal ins Training schicken. Du kannst eigentlich auch ins Training, nein aber nicht. Okay. Warum mache ich hier schon wieder Blödsinn? Keine Ahnung. Ich glaube, man kommt da. Ja, das war... Ich habe keine... Keine Angebote. Ja, das muss ich noch einmal funktionieren. Ja, gut. So. Na gut, jetzt sind Stefan los. Die sind aber alle noch ein bisschen niedrig. Ja, den werden wir nachher nochmal hier vorbeischauen. Ja, und ich habe mal vergessen. Und bis später. Und tschüss. Das war's mit diesem Video. Ciao. Ciao.